So, heute gibt es nochmal Modum für 2 und zwar auf der Map Subbase, ja? Die hatten wir zwar letztens schon mal irgendwann, aber die sieht man trotzdem nicht so übertrieben häufig auf YouTube. Und, ähm, ja, also die Runde, die lief eigentlich recht gut. Der Score ist zwar jetzt nicht so, äh, ja, die Ultra-Ownage, aber ich kann euch eigentlich mal nur sagen, die Runde lief extrem gut, weil ihr seht's, ich werde jetzt zweimal am Anfang verrecken und ich hab nur einen Kill gemacht. Also ich hatte 1 zu 2 am Anfang. Und danach hab ich, ich bin siebenmal gestorben in der Runde. Ich habe jede Runde, jedes Leben mindestens die Predator gemacht. Ich hatte diese Runde 6 Predators, 5 Harrier und 3 ACs. Also das ist schon eine richtig krasse Leistung, find ich eigentlich, so in jedem Leben mindestens eine Predator zu machen und bis auf einem sogar in jedem Harrier. Und, ähm, ja, ich hab die, hab die Runde ja auch später mit Musik unterlegt. Und ich bin auch in letzter Zeit wieder ein bisschen, was ist in letzter Zeit, also, gestern hab ich das Gameplay erspielt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wann ihr das Video seht, wahrscheinlich schon ein bisschen länger her. Ähm, aber da hab ich da mal im Internet rausgefunden, dass man, ähm, ja, nicht nur so Fix-Ports öffnen kann, also so bestimmte Ports, weil wenn ich das gemacht habe, wenn ich die angegebenen Ports geöffnet habe, dann hatte ich auf der Xbox trotzdem immer nur so sporadisch, NAT-Typ Mittel, NAT-Typ Offen, je nachdem, ähm, wie das Spiel oder der Router gerade Bock drauf hatte, keine Ahnung. Und, ähm, es gibt da so eine Funktion, ich weiß nicht genau, wie die heißt, da kann man UPNP, ähm, 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 ja, im Prinzip direkt auf den Router zugreifen lassen. Ähm, da könnt ihr, das könnt ihr direkt mal, äh, googeln. Dann werdet ihr auf jeden Fall auch YouTube-Tutorials finden. Und zwar, ähm, sendet dann das Spiel irgendwelche Nachrichten an den Router und dann werden die benötigten Ports automatisch geöffnet. Das heißt, ich hab's noch nicht gecheckt, aber eigentlich müsste ich jetzt überall NAT-Typ Offen haben, äh, wenn's mit meiner Verbindung möglich ist. Also die Ports, die entsprechenden, müssten eigentlich dann automatisch alle geöffnet werden. Ja, hier hatte ich irgendwie am Anfang komischerweise nicht das AC-30-Fadenkreuz. Ja, ich hab die ACs auch später beschleunigt, weil, ja, jetzt hat's zwar nicht geleckt in der Runde, weil ich hab gestern wirklich nur gute Verbindungen gehabt. Also immer, ich war immer, ähm, ja, so mit einer richtig guten 3-Bar unterwegs. Also die 4-Bar hatte ich eigentlich nie durchgehen. Ähm, ja, naja, aber ich war immer so da am Schwanken. Also beim Spawn hatte ich meistens eine 4-Bar und dann ist das so umgeschwankt auf eine 3-Bar. Also eigentlich eine richtig gute 3-Bar, richtig gute Verbindung für meine Verhältnisse. Und ihr seht's, dann hab ich auch direkt was hingeschissen bekommen. Die Gegner fallen um. Die fallen wirklich mal um. Und, ähm, ja, deswegen... Deswegen, äh, wollte ich das einfach nur mal erwähnt haben. Das kann ich euch auch nur empfehlen. Da hatte ich nämlich eigentlich, seitdem ich das angemacht habe, eigentlich... ...finde ich nur gute Verbindungen. Ähm, ich werd trotzdem jetzt nochmal in den Telekom-Laden gehen, mal sehen, ob so die Latenz irgendwie ein bisschen verbessern können. Auch wenn sie jetzt vielleicht die Geschwindigkeit nicht verbessern können. Naja. Und wenn das wirklich jede Runde so wäre, dann wär ich wirklich zufrieden. Oder, weil, ähm, ja... Früher hatte ich es meistens so, ja, wenn ich gute Verbindungen hab, dann waren die Gegner die größten Hurensöhne. Und wenn die Gegner richtige Noobs waren, dann hatte ich kack Verbindungen, sodass ich halt nicht ownen konnte. Jetzt läuft das einigermaßen, so in Kombination. Und, ähm, das Gameplay... Ja, jetzt geht gleich die Musik schon los. Hier sterbe ich jetzt noch beim Harry, ein bisschen ärgerlich. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Bis demnächst, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich bin der B-O-B-E-O, aber ich weiß, dass ich mich nicht mehr als B-Folk Ich bin der B-Folk, wenn ich mein E-Folk fang, Ich bin der Hüte und ich schoelte, so wir fang'n, woher wir gehen. Und bitte, ich bin der B-Folk, ich bin der B-Folk, ich bin der B-Folk. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020